ja willkommen zurück bei dk king of swing bananen bungalow haben wir geschafft die kristallkokosnuss gekriegt gehen jetzt mal ins tropen dralala klingt vielversprechend donkey freut sich auch schon wie wahnsinnig ja er liebt das gefährlich aber diesmal kriege ich dich mein freund ich will noch mal so eine komische eben gab es doch eine kokosnuss kristallkokosnuss halt durch den das heißt eben damals bei teil 1 ihr möget euch noch erinnern in grauer uhrzeit uhrwaldzeit so jetzt auf geht's es gibt zumindest schon mal banan wenn ich die weg schleudere das ist gut weil wir wissen ja wir brauchen ja perfekt auch welche um den was war das kamerbar modus sehr gut oh nun sage mir doch einer mal clever die diese reifen da oben halten da stimmt doch was nicht ja sehr gut oh ich sehe ich sehe ein bonus halt dich fest ist es vielleicht sollte ich also vielleicht sollte donkey nicht das macht ja alles donkey ja vielleicht sollte donkey aufhören gegen den strich zu sprechen auch leute also das muss man noch mal üben ja sooo und 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 yes auf geht's was was ist hier ok naja guck mal vielleicht gibt es ja oben noch eine tolle kokosnuss wirklich er sah nicht so aus heben wir wenigstens noch sooo aber wir haben ordentlich gesammelt ok und ja ooooh da habe ich da klippenspringen und es wird umgehen wie viel haben wir denn 40 45 48 beinahe wenn das nichts ist schon wie noch so einer komm her du moot schwertsch ne geht ne geht ne Auf die gute altmodische... Ah! Was denn jetzt? Das ist doch glatt da... ... hängen geblieben. Ah! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Ich wusste auch. So. Aber wir sammeln jetzt nicht alles ein. Wir wollen ja auch... Oh! Vorauskommen. Vorankommen. So, komm komm. Aber die Feinde machen wir. Schnicken wir mal weg. In der Hoffnung, dass wir... Das war knapp. Dass wir noch was... Tolles kriegen. Außer ne Banane war nicht... War nicht viel dabei. Und... Yes! Okay... Nee... Und ich glaub, da braucht man hier den Boost. Sonst geht das nicht. Jetzt. Oh, da oben ist nämlich noch was schönes. Ja, du musst schon... Oh, da ist... Das ist nicht zu fassen. So, ich fang ganz oben. So... Ja, es ist... Wir haben die erste Münze. Ja... Er freut sich zu Recht. Er erzählt mir zu Recht... Respekt. Eine Bronzemünze. Die stammt noch aus der Bronzezeit. Aha. Aber wir gehen trotzdem erstmal da hoch, weil das... Die Hindernishöhle... Die waren nämlich vorhin schon da. Die waren nämlich vorhin schon da. Ähm... Gehen fort mit euch. So, wir kommen rüber. Geschwingt. Das ist übrigens, äh... Affen-Kramatik, ne? Rüber. Geschwingt. Das ist übrigens, äh... Affen-Kramatik, ne? So kann man nicht mit uns umspringen. Freunde. Ist auch nett. Nicht mit dem Commander. Ha! Clever. Mich dünkt, wir brauchen etwas Energie. Äh... Muss ich nur überlegen, was das war. Das war's zum Beispiel nicht. Äh... Was mal hier rüber. Ah ja! Da ist noch was. Gut! Oh! Und nun? Festhalten vielleicht. Long-Gaming. Überleg doch mal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur Zeit... Gesteuert. Das sieht nicht so aus. Komm, ich will das nochmal sehen. Hehehe. Sehr schön. Wunderbar. Warum ich das gemacht habe, weiß auch keiner. Äh... Ich sag nichts. Ich sag nichts. Du musst... Du musst es doch irgendwie selber lernen, ne? Das gibt's doch nicht. Es ist natürlich dumm, dass man dann gleich wieder ganz runterfällt. Wollen wir mal so halb da dranhängt. So... So... Schnicke... Mal das mal weg. Hätte ich fast gesagt. Hätte ich fast gesagt. Hätte ich fast gesagt. Sag mal. So, jetzt aber. Und... So... So... Ne... Wir... Wir wollen natürlich da drüben das nochmal. Ja... Yes. Ähm... Cle... Clever! Oh Gott. Ihr habt das hoffentlich alle nicht gesehen. Peinlich... Peinlich! Hm... Komm schon. So... Okay... Äh... So... So... So machen... Genau... 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 Leute... Denn wir wissen ja, X drücken gibt ein Herz. So... Ich werde die zur Rechenschaft ziehen für sein ungebührliches Verhalten. Er wird sich noch... Genau... Wundern. Und bereuen, mich jemals angegriffen zu haben. Oh... Was sehen wir denn da? Gibt's noch Bonuslevel? Dann müssen wir... Ich würde sagen, wir aktivieren nochmal einen... Aber natürlich nicht genug. Ja... Dann... Haben wir halt Pech gehabt. Dann können wir da nicht reingehen. Was denn jetzt los? Ah! Hey! Das war jetzt aber... Nicht gut. Komm her! Ich... Werte dich nochmal... Meines besseren Belehren... Mich anzugreifen. Ja... Geht das auch mal hoch? Vielleicht... Falsch? Falsche Seite? Ich... Klinge aber eben. Ah! Haha! Clever! Und... Ja... So... Wir... Oh... Da gibt's ja noch... Tolle Sachen... Aber ich glaub wir... Ah... Echt jetzt... Nö! Ich... Abkauf! Aber ich wollte euch nur mal den Game Overscreen zeigen. Äh... Wir versuchen das natürlich nochmal. Ja... Da freut er sich zurecht. Oh Gott... Aber wir machen das ja alles nur damit ihr... Das... Seht... Wie so ein... Falscreen aussieht. Dann haben wir den auch noch schnell... Weg... Genau... Diesmal sammeln wir nämlich ordentlich... Bananas! Das gibt's nicht! War doch dran! Komm her! Was lass ich mir doch hier nicht gefallen... So... Ganz hoch... Dann komm mal rüber! Komm mal rüber! Ihr habt hier was Feines für dich! Ha! Eine Affenkopfnuss! Wenn das nix ist, wahr? Komm, du kriegst doch auch noch... So... Warum hab ich das nicht gleich eingesammelt? So... Ähm... Clever... Clever! Irgendwie hab ich grad... So... Jetzt aber... Na bitte... Geht doch! So... Wir wissen... Hochspringen und gleich festhalten... Wir halten uns gar nicht lange auf... Genau... So... 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 Jetzt... Wir halten uns noch mal auf... Ja komm... Nix auch noch mal drauf! Heute kriegt jeder eine ab! So... Das gleiche... So... Sieht besser aus! Dann äh... So... Verschwenden wir halt noch mal was... Ach... Nur ist es aber! Ihr habt gesehen... Es funktioniert... Wenn man will... Äh... Wir springen hier hoch... Ich hoffe, das war jetzt die richtige Seite... War natürlich die falsche... So... Jetzt aber... Neu... Tray... Tray... So... So... Das ist... Das ist... Lass mich einruhen... Du... Mich düngt... Na bitte... Ja... So... Ich hab den doch aber... Nö... Echt jetzt? Ihr habt alle gesehen... Dass ich den eigentlich dreimal getroffen habe... Mindestens... Ja... Das war auch die richtige Seite... Ja... Ihr seht... Donkey hat langsam den Dreh raus... Ja... Na bitte... Die Hinternishöhle geschafft... Und eine Bronzemünze gekriegt... Was eine schwere Geburt... Das war Teil 2... Wir sehen uns Teil 3 wieder... Danke fürs Zuschauen... Äh... Danke fürs Zuschauen... Macht's Gute... van... iziligen zu dem... Herr... So... Will... In... LAUGHTER I ruin... Ein... Wenn...